Moin Meister! Alles mit euch, Freunde? Ich hoffe schon! PSN-Codes trägt ihr am schnellsten und besten bei VGO-Shop, ja! Die günstesten Codes im Netz und am schnellsten auch noch, ja! N-A-G-K-P-A-R Für Rabatt! Link in der Beschreibung! Ja, dann noch! Schön, dass ich mal wieder eingeschaltet habe, Freunde, zu einer Discard-Challenge um Ozan Kabak! Ich bin doch sicher rasiert! Hier war nicht schlecht aus für mich! Bewertet Bosse jetzt in den Kommentaren 1-10! Also, was ist besser? So ganz Baby-Pupo oder eher so ein bisschen Schammer? So ist gut, so ist okay! Wirklich, so ist okay! Wir machen heute eine Icon-Nä, nicht eine Icon-Discard-Challenge, wir machen Bosse eine Icon-Discard-Challenge! Bei mir aber eine Future-Star-Discard-Challenge um Ozan Kabak! Ihr wisst, ich bin nicht der größte Schalke-Fan, Freunde! Und deswegen ist es mir heute eine Freude! Ozan Kabak, hier, auf! Schreibt, was er zu mir kann! Wie sagt man es? On the line zu stellen! Kabak! Kabak, Ozan Kabak! Schreiben Sie in die Kommentare, ob ich das nochmal machen soll, mit jemand anderem auch mal! Und mit welchem Spieler in Zukunft! Wieso mit jemand anderem? Weil ich bei dir nicht das Budget so hochkomme! Weg mit der Schwanzhand! Oh nein! Oh mein Gott, gerade eben, Jungs! Ihr müsst euch vorstellen! Gerade eben, der Schilder so, da hängt so, der Lörr ist raus! Der packt sich den so in die Hand! So eine Lüge! So eine Lüge! So eine Lüge! So eine Lüge! Ist ja unglaublich! Und nicht so, Pinchy! Wir bauen beide einen Draft und der Schlechtere muss des Karten, Freunde! Future-Star im Draft zählt am Ende plus eins! Aber nur in der Startaufstellung! Wie viele Likes schaffen wir? 8888 auf diesen Bums hier drauf! I trust you bitches! Man, einfach Xing-Shang-Shong! Der Gewinner muss anfangen! Schnickel, schnack, schnuckel! Achso, ich muss anfangen! Okay! Wir gehen rein, wir bleiben drin! Let's go! Abfahrt! Rein in die Olga! Was für eine Formation! Ich starte mit 4! 4-3-3! Ich gucke mich die ganze Zeit da an! Das ist schon korrekt! Das ist besser! Irgendwas hast du mir der Kamera umgestellt! Weil ich bin wieder so gelb! Vorher war ich nicht so gelb! Oh, moin, Meister! Aber ist doch gut, oder nicht? Nee! Jetzt wieder nicht so! Und das hatte ich irgendwie Standard eingestellt! Genauso wie diese Future-Star! Dass es nicht so ist! Müssen wir mal schauen! Wir haben Numero Uno, Babyboys! Machen wir Future-Star plus 1? Ja, hab ich doch gerade eben gesagt! Hast du gesagt? Achso, schön, dass du hier ringeln! Also dann bei mir noch! Genauso wie letztes Mal! Icons plus 10 bei mir! Und bei dir Future-Star plus 1! My friend! Ja, ich hab schon einen Future-Star-Star! Schön for you! Strootmann! Ich bin Niederländer! Aber das Draft ist jetzt nicht so geil! Bisher! Das ist richtig scheiße! Bei dir ist es nur Kabak, Kabako und Kakao! On the line! Kaboon! Oh! Semino, Gu? Strongly! Ich weißt du, ich hab... Ich hab mir echt viele Gedanken gemacht! Schmeeeeeekt! Lässt mich nicht... Komm schon! Ja, ich hab grad'n... Achso! Ja, ich hab mir viele Gedanken gemacht! Immer diese Taktiken mit Volllabern! So... M-A-U-M-I... Haben wir letztes Mal eigentlich ein Zeitlimit gemacht? Ne, ne? Äh... Doch! Hab ich gar nicht mehr im Kopf gehabt! Doch, zwei Minuten! Wirklich? Yes, yes! Nein, oder? Doch, du hast eine Minute! Ja, nee, nee, jetzt... Nein, Helena! Die Uhr läuft schon. Ja, deine Uhr, deine naturelle Uhr, die läuft schon ab, weil du innerlich verdürbst. Das ist vielleicht alles und noch viel mehr würde ich machen, wenn ich König von Deutschland wäre. Ich habe den Timer schon am Anfang aktiviert. Äh, ja. Da würde ich mir jetzt mal Gedanken machen, dass du jetzt noch schnell die Bank da machst, weil die Chemie sieht auf jeden Fall bombastig aus. Und ganz ehrlich, du hast auch davor, sind wir mal ehrlich, mehr wie eine Minute gebraucht. Deswegen. Aber da kommt jetzt ein Toaty nach dem anderen bei dir. Ja, aber bringt mir nichts. Das sehe ich auch so. Ja, Berti, äh, schade um den Kabak. Ich habe nicht, brauche ich auch gar nicht kaufen, das finde ich gut. Hast du den? Hast du den? Hast du den? Hast du den? Oh, Baby! Hast du den? Guck dir doch mal, guck dir doch mal. Hast du den? Schmeeeeeet. Hast du den? Den Kabak. Hä? Hast du den Kabak? Plus 14 Chemie, Digga. Ich habe nicht mal 100 Chemie, lass mich mal konzentrieren hier. Achso, okay, spielen wir jetzt ohne Regeln. Wir spielen, haben wir nicht, haben wir gesagt, wir spielen auf Zeit? Achso, haben wir gesagt, wir spielen mit, äh, wie ist das da? Das ist eins? Zehn, scheiße. Haben wir? Ja, haben wir gesagt. Achso, wir? Hab ich direkt am Anfang gesagt. Du hast aber gerade wir gesagt. Ist es mein Video oder dein Video? Ich verliere eh, Digga. Ja, dann machen wir halt ohne Zeitbegrenzung. Hm, Mann, das wäre wieder bloß ein... Der Rest bringt mir eh nichts. Ich probiere mal was aus. Dann lassen wir uns Zeit heute. Vielleicht auch ein Buch. Lass mich, gib mir doch eine ganz kurze Chance zumindest, das Ding hier irgendwie noch zu versuchen, den Laden nach oben zu bringen. Ja, aber das ist doch sonst... Ja, da hast du halt Pech gehabt. Mach neben dir drei Spieler und wenn nichts geht, geht nichts. Was willst du machen? Es soll halt nicht sein. Das soll wirklich nicht sein. Es soll nicht sein. Es ist halt so, was hier jetzt... Das passiert mal. Das Leben ist hart, mein Gott. Vielleicht gewinnst du später. Tada, man sieht es gar nicht. Guck mal, ich habe ein Kartenhaus gebaut. Ah, du bist fertig mit deinem Draft. Ich wollte schon kurz schlafen gehen. Okay, ich hole mir einen Manager ab. Bist du... Kommst du? Ich bin fertig. Boss, jo, hallo. Ich bin fertig. Komm schon. Bitte einen guten Manager. Bitte, bitte, bitte. Schmutz. Schmutz. Kein Manager gibt mir Chemie. Mein Kartenhaus. Mann. Also es wäre wirklich ehrenhaft, wenn du ein gutes Draft zumindest baust. Ja, ich baue ein gutes Draft. Ja, aber ich darf mir ja Zeit nehmen. Oder möchtest du mir ein Limit... Nee, mach ruhig. Mach ruhig ein Limit vor einer halben Stunde. Dann ist ansatzweise fair. Man muss mindestens einen Future Star übrigens drin haben, um eine Gewinnschau zu haben. War auch die Regel. Ach so. Wenn der andere einen drin eingebaut hat. Ach so. Vielleicht baust du ja einen 189 und kriegst keinen Future Star. Aber sobald du 100 Gymnast und Future Star bist du eigentlich durch, glaube ich. Zum aktuellen Zeitpunkt von FIFA würde ich mal sagen. Okay. Ne, Bossio? Okay. Ne? Ui, Daimariah. 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 Orasen Bale. Bernardo Silva. So, ich will ein bisschen spannend machen. Auf Rating und so gehen. Ich will es nicht easy machen mit dem Nutschmi. Sonst ist es ja echt tatsächlich langweilig. Hey. Hey. Hat der nicht ne Dings? Ne Future Star Karte? Keine Ahnung. I don't know. I want to see a play. I never heard of something about it. Vinaldo. Moutinho linkt immer hin. Moutinho linkt immer hin. Zinaima. Bau mal rein. Vielleicht gibt es ein paar Minuten. Ich habe euer Zeit, Cuisin. Levin mit dem Lug. Hab ja Fico links Messy. Na ja, es ist ein Dinian. Yes, yes. Mein Boy. Perfekt link, meine ich. Yes, yes. Ein Messis. Yes, eigentlich. Alex Dallas. Mensch, läuft richtig gut. Ah, yes. Ah, ich guck. Ich guck hier. Ich komme wohl den Kulu linkt immer hin. Ja, von Dick wäre jetzt... Nimm von Dick mit, Dick. Alles andere wäre dumm, wenn er... Oh, Kabak. Hey, moin Meister. Alles fit bei dir. Nimm mal mit zum Club. Schau zu. Ich brauche den Kabak nicht. Ich will es spannend machen, tatsächlich. Ich glaube, ich werde das Ding auf jeden Fall voll gegen die Wand fahren. Pablo. Schau zu, Miente. Pablo. Oh, Pablo, du Ehrenmann. So, dann fangen wir jetzt mal an. Ich habe jetzt natürlich für extra die Startaufstellung so beschissen gemacht. Mit Absicht, heißt es übrigens. Mit Absicht, genau. Pablo, der mexikanische Drogenkartel-Boss. Hey, der kann es ja super reinbauen in Moin. Hey. Hey. Morgen, Sonne, Mittwoch. Du machst es ja wirklich spannend, Digga. Ja, ich... Alter. I want to make a Tappy. Hey. Der wäre der Perfekt-Lingst du Tag-Line-Ficker gewesen, by the way. Aber du wolltest mir ja nicht glauben, mein Freund. Wie, Frendo. So. Wäre man das, muss man das mit Absicht machen, nur um es spannend zu machen, Freunde. Äh, ist so. Einzel-Chat, wenn nicht mehr... Boah, Digga. Guck mal, wie süß ist Pablo gerade. Guck mal wirklich in der Kamera, Digga. Ist schon ein süßer Boy, Digga. Ist schon ein süßer Boy. Der ist richtig am gucken, wie du versagst. Äh, ja, ich glaube, das Ding war ich gegen die Munde. Oh, der Rodrigo de Schmeck, Digga. Der spielt schon. Der ist auch noch der Perfekt-Lingst du Neymar. Oh, shit. Ja, ich guck. I will look, I say and see. Aber ein Dings würde dir richtig helfen, ein Rechtsverteidiger. Das ist ein Mädel. Na, Pablo, schaust du auch zu? Gerade bin ich ein bisschen überfordert. Mi Frendo. Hey, Pablo, geht's gut? Pablo. Also, wenn du den mitnimmst, dann fährst du es wirklich komplett, Digga. Wie willst du da noch was drauschen? Zanetti muss dein Warschloch save. Soll ich noch ein Kartenhaus bauen oder so? Oder passt der noch? Wahrscheinlich. Es wird reichen für dich, glaube ich. Mom, Mom, Mom. Mom, get the camera. Das reicht für dich, Tim. That will... Noch nicht. Doch, doch. Ich sehe das Team schon vor mir. Äh, 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 Engländer. So, Benji. Oh, ja, ich bin dir echt dankbar, dass du es spannend machst, Bossio. Ja? Ich bin dir richtig dankbar. Ich lass dir auf der Bank, weil du hattest 189 und ich hab 100... Nur, weil ich keinen Manager gekriegt hab, der Chemie gibt. Wie viel Pech kann ein Mensch eigentlich haben, Freunde? Ja, nicht ganzen, sondern weil du halt einfach Scheiße gebaut hast, ne? 189, sorry, 191. Ich wollte, ich, ne? Also, ich, 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 ich... Ja, ich komm, ich komm morgen wieder. Morgen Mittag. Ja, 191. Wir hätten jetzt noch 193 oder sowas draus machen können, ne? Freunde, schön. Danke für die Einladung, Benji. Es war, hat mir wieder Spaß gemacht, einfach so wie immer halt hierher zu kommen, in dein Studio, in dein Zimmer und dich zu ficken. Okay, jo, lasst ein Like da auf dem Video, ähm, checkt gerne meinen Kanal ab, falls ihr, äh, auf, äh, Baby-Poo steht und... Alles gut, Digga, hab ich gefreut. Ach, und schickt ihr doch bitte ab, weil du hast ja... Schade. Ich werde nur mal getestet. Raus, 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 raus. Und ihr auch raus. Ich werde nur mal getestet.